Die EcoFlow Delta II ist nicht nur eine Batterie. Sie spart Zeit und ist in weniger als einer Stunde aufgeladen und betriebsbereit. Sie ist ein Arbeitstier. Sie ist leicht und bequem. Ein tragbarer Reisebegleiter. Sie lehrt deine Leidenschaft. Es ist nicht nur eine Batterie. Sie nutzt umweltfreundlichen Strom aus der Sonne. Sie ist zu Hause, egal wann und egal wo. Sie ist ein Lebensretter in der Dunkelheit und Kälte. Sie bringt Licht und Wärme und Kraft fürs Leben. Es ist also nicht nur eine Batterie. Es ist das EcoFlow Delta II. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wenn虚